So, nun sitzen wir wieder an unserem schönen Hotel in Caleta und am Anfang von Caleta und gucken hier so rüber Richtung Las Americas und Los Cristianos glaube ich ist noch dahinter, aber wunderbares Wetter, es ist Januar 2014 und hier unten haben wir auch noch eine Möglichkeit zum Sitzen. Wir sind hier im fünften Stock, haben hier herrlichen Blick. Hier kann man auch direkt hinter uns sehen, wie die Wolken im Januar hängen, hier im Gebirge und auf La Caleta hinter uns kann man auch noch sehen, ist die Sonne noch zu sehen und hier weiter nach vorne Richtung Las Americas ist die Sonne. Also wenn jemand eine sonnige Zeit im Januar sucht, dann kann ich nur empfehlen immer in den Süden zu fahren oder hier in den Westen Richtung La Caleta, San Juan. Das ist hier die beste Möglichkeit um viel Sonne und wenig Wolken zu sehen. So, das war es. Wunderschön ist das heute Abend noch. Es ist ja erst Nachmittag und man sieht, die Menschen beginnen schon langsam so ein bisschen zu flamieren. Und wir haben hier auch gegenüber niemand, das heißt also hier ist kein Hotel und das ist natürlich und hinter uns auch nicht wunderbar weit können wir deshalb hier auch sehen. So, das war nochmal der Blick hier unten auf unsere Möglichkeit zum Frühstücken und zum Abendessen. So, das war es von La Caleta. Sicht in Richtung Playa Las Americas oder Las Americas, wie sich es wohl inzwischen jetzt nennen, nennt. Ja.